Landingpages erstellen ist der einfachste Weg. In diesem Video zeige ich dir wie ich meine Landingpages erstelle und wie einfach und schnell das geht also bleib jetzt dran. Wie bereits eingangs erwähnt zeige ich dir jetzt wie ich seit einiger Zeit meine Landingpages erstelle und ich nutze dazu das Tool Builderall. Bei Builderall habe ich sämtliche Marketing Tools die ich für meinen täglichen Ablauf brauche alles zusammengefasst. Also ich habe unlimitierten Autoresponder mit unlimitierten Mails ich kann unlimitiert Webseiten erstellen und Landingpages erstellen. Also das Tool ist echt genial und damit erstelle ich meine Landingpages. Ich bin jetzt hier schon eingeloggt du siehst jetzt hier momentan meine bestehenden Landingpages die ich hier so habe und ich werde jetzt in Kürze eine neue erstellen und dir zeigen wie schnell das funktioniert. Ich möchte aber noch dazu sagen dass ich hier jetzt nicht alle Minimalanpassungen und Details mache ich möchte dir nur den grundsätzlichen Ablauf zeigen damit du siehst wie einfach das geht. Alles was ich jetzt tun muss ich drüben auf diesen Button dann habe ich hier den Pixel Perfect Site Builder. Da kann ich sämtliche Seiten erstellen Blogs Webseiten und auch Landingpages und da klicke ich jetzt auf neue Webseite. Da klicke ich jetzt drauf dann öffnet mir hier Builderall alle Webseiten die hier irgendwie verfügbar sind also alle Vorlagen für sämtliche Themen du siehst das hier drüben da gibt es Sales Funnels da gibt es Business Sales Funnels Blogs kann ich mir herstellen zu jedem Thema zu Musik zu Events Business und so weiter also hier kann man wirklich jegliche Seiten erstellen die man will ein Kumpel von mir der ist in Paraguay macht der wirklich nur Webseiten für Endkunden das heißt der hat eine Internet Agentur der nutzt nur diese Builderall Seiten für seine Klienten also das ist der absolute Hammer aber ich schweife schon wieder ab was wir jetzt brauchen um hier eine Landingpage zu erstellen ist ich klicke jetzt hier auf Internet Marketing und dann gehe ich auf Opt in da klicke ich jetzt drauf und jetzt bin ich hier eben in diesen Reiter wo diese bekannten Landingpages sind diese Designs die man von überall kennt wo das Eintragungsformular hier ist und das ist ja auch die verschiedensten Themen hier kann man auch ein Video Formular machen wo zuerst dann ein Video abspielt und darunter ist die Möglichkeit sich einzutragen hier ist wirklich jedes Design das es gibt vorhanden ich wähle mir jetzt mal einfach eines aus ich nehme jetzt zum Beispiel mal das hier mal sehen wie das aussieht ich kann mir das hier vorher schon mal ansehen ja ok das sieht ganz gut aus schlicht einfach ein Bild Eintragungsformular und eine Überschrift gefällt mir jetzt ganz gut um das einfach mal zu zeigen da klicke ich jetzt einfach hier auf bearbeiten so jetzt habe ich das schon hier und ich zeige dir jetzt wie schnell man das bearbeiten kann also wie gesagt so mein Impressum und Datenschutz und so weiter das füge ich jetzt hier nicht ein denn diese Seite wird nie veröffentlicht ich möchte dir nur zeigen wie schnell du das bearbeiten kannst hier oben könnte ich ein Logo vor mir einfügen mag ich aber nicht ich klicke da einmal drauf klicke auf Delete schon ist das ganze weg brauche ich nicht hier den Text da klicke ich auch einfach zweimal rein und dann kann ich hier schon den Text ändern das mache ich jetzt auch schlicht und einfach ich schreibe jetzt hier einfach rein zum Beispiel eine meiner Seiten die ich bereits schon habe so gratis Video Kurs zwei Internet Geld Strategien so das möchte ich hier auch in der unteren Zeile haben so das du siehst hier ich habe hier sämtliche Bearbeitungsmöglichkeiten ich kann das jetzt hier noch färbig machen oder so mache ich jetzt aber nicht es geht mir wirklich nur dass ich zeige wie schnell und einfach das hier machbar ist dann diesen Text hier den brauche ich auch nicht dann könnte ich jetzt ändern und etwas reinschreiben aber auch den lösche ich weg und hier dieses Register Now das mag ich jetzt hier auch nicht das lösche ich auch weg mag das jetzt wirklich schlicht und den Button den ändere ich hier auf Deutsch alles ist hier ausnahmslos anpassbar ich klicke hier einfach mit der rechten Maus drauf klicke hier auf Button und hier steht Register Now und da schreibe ich jetzt einfach Anfordern rein bestätigen schon steht hier Anfordern und das Bild das möchte ich jetzt hier auch ändern klicke ich jetzt einmal wieder rechts klicken Bild ändern so ich habe jetzt hier schon eins von meinem Computer hochgeladen das hacke ich hier an gehe auf bestätigen so jetzt habe ich das Bild hier das ist jetzt allerdings noch zu groß ich schiebe jetzt hier diesen Kasten ein bisschen rüber denn das ziehe ich mir jetzt einfach kleiner einfach hier auf diesen Punkt das kann ich mir anpassen wie ich das möchte ziehe ich jetzt hier rüber noch immer ein bisschen zu groß so auch das kleiner so das Eintragungsformular das ziehe ich jetzt hier wieder rüber und sieht schon ganz gut aus so gefällt mir das dann gehe ich jetzt mal hier auf speichern so jetzt kann ich hier diese Seite benennen ich nenne das jetzt aber Test 3 klicke auf Senden speichern so jetzt ist die Seite schon gespeichert und was ich jetzt noch mache ich muss ja diese Landingpage auch mit einer Liste verbinden das heißt eben mit einer Liste wo mein Kontakt sich dann einträgt und dann die weiteren Followups bekommt die habe ich separat schon erstellt das ist wieder ein eigener Punkt mir geht es jetzt wirklich rein um diese Landingpage und alles was ich tun muss wenn ich eben die Liste auch schon vorbereitet habe ist ich klicke hier im Eintragungsformular auf den rechten Button gehe auf konfigurieren jetzt werden mir hier sämtliche E-Mail Marketing Anbieter die hier akzeptiert werden geöffnet und da siehst du das sind jetzt wirklich Awaib und so weiter GetResponse das sind ja glaube ich die bekanntesten Mailchimp und so weiter das ist ja alles drinnen aber der hauseigene E-Mail Marketing Anbieter ist der Mailing Boss ich nutze auch nichts anderes mehr weil ich hier der unbegrenzten Versand habe für mickrig kleines Geld also unschlagbar dieser Preis da klicke ich jetzt auf Mailing Boss und hier sind jetzt schon meine Listen die ich hier angelegt habe hinterlegt und alles was ich jetzt noch tun muss ich klicke hier auf die Liste zwei Internet Geld Strategien das wird dann automatisch angepasst denn ich verlange hier nur die E-Mail Adresse den Namen nicht und dann gehe ich nochmal auf speichern speichern ok hier steht es kam bis zu fünf Minuten dauern bis jetzt diese Seite sichtbar ist das sehen wir uns jetzt aber an ob die Seite vielleicht schon vorhanden ist das heißt ich gehe jetzt hier wieder zurück aktualisiere das hier ich gehe jetzt nicht mehr auf neue Seite sondern auf meine Seiten vielleicht ist die jetzt tatsächlich schon da Test 3 hier ist sie schon die habe ich gerade erstellt die ist jetzt natürlich noch nicht veröffentlicht alles was ich jetzt noch tun müsste ist dass ich hier unten auf mehr klicke und dann gehe ich hier oben auf veröffentlichen und dann ist die wirklich scharf geschaltet und dann kann ich die schon nutzen das sind dahinter warum die nicht gleich veröffentlicht ist das ist der dass man eben vielleicht so eine Seite nicht auf einmal komplett erstellt dass man mal einen Vorentwurf macht und dann kann man den hier noch nachbearbeiten das tolle ist hier wenn du irgendwie im Affiliate Marketing bist oder im Network Marketing dann kannst du dieses System hier auch nutzen denn diese Seite die kann ich auch transferieren das heißt das kann ich einen anderen der auch Bilderall nutzt den kann ich meine Seite einfach senden und der hat dann seine eigenen Nummern und so weiter seine eigene ID hinterlegt und kann das gleiche nutzen wie du nur dass dann Verkäufe oder so ihm zugeordnet werden also das geht hier alles ganz einfach eine absolut tolle Sache und so erstelle ich jetzt meine Landingpages du siehst wie schnell das geht und das war es auch jetzt schon wieder mal zu diesem Tutorial mit den Landingpages ich zeige jetzt nur noch ganz kurz welche Pläne es hier gibt weil ich bin so hin und weg von diesem Tool gibt es eben diese drei Pläne die Preise sind jetzt hier kein Scherz da wirst du wahrscheinlich jetzt aus den Staunen nicht mehr rauskommen wenn du ein bisschen Ahnung hast was das normalerweise kostet wenn du nur Webseiten erstellen möchtest unbegrenzt auch Landingpages und so weiter dann kostet das 8,90 Euro für dich im Monat da brauchst du aber allerdings selber noch den Autoresponder den hast du hier noch nicht dabei diesen Mailing Post Mit 26,90 Euro hast du dann den Autoresponder auch schon dabei mit unbegrenzten Versand also du weißt wenn du ein bisschen Ahnung hast dass dieser Preis unschlagbar ist absolut unglaublich und dann ist noch der Plan den ich habe der kostet 44,90 Euro im Monat da hast du dann auch noch das Business dabei das heißt dass man diese Plattform weiterempfehlen kann und da bekommt man auf alle Verkäufe die man im ersten Monat tätig 100% ausgezahlt das heißt kauft sich jemand diesen Plan mit 26,90 Euro bekomme ich im ersten Monat genau diesen Betrag ausbezahlt 26,90 Euro und in den Folgemonaten dann immer 30 pro Zeit hier wären es 8,90 Euro im ersten Monat und hier wären es 44,90 Euro im ersten Monat das ist jetzt ganz grob erklärt ich habe dir übrigens ein eigenes System jetzt noch unter diesem Video bereitgestellt das hat eben mein Kumpel der Rudi erstellt der das ist der der die Internet Marketing Agentur hat in Paraguay der hat hier etwas auf die Beine gestellt was es im ganzen Internet jetzt noch nicht gibt das ist für sein Team wo auch ich angehöre da ist eine absolute Business Präsentation hinterlegt mit Tools und vor allem auch mit anderen Möglichkeiten wie du noch Geld verdienen kannst innerhalb dieses System das kein anderer hat das ist einfach so und das kannst du dir gerne anschauen wenn du noch auf den Link unter diesem Video klickst dann siehst du sofort das Video ja das war's jetzt wirklich zu diesem Video wenn es dir gefallen hat würde ich mich über ein Gefällt mir freuen hinterlasse mir auch gerne einen Kommentar und abonniere meinen Kanal für die nächsten Updates das war's wir sehen uns im nächsten Video